Fatima Whitbrett ist eine ehemalige britische Leichtathletin in der Disziplin Sperrwurf, Welt- und Europameisterin sowie Olympiateilnehmerin. Whitbrett wurde als Kind einer zyprisch-türkischen Mutter und eines zyprisch-griechischen Vaters geboren und verbrachte eine schwierige Kindheit. Als Säugling wurde sie von der Mutter in einem Apartment zurückgelassen und von einem Nachbarn gefunden, der die Behörden einschaltete. Die folgenden vier Monate verbrachte sie wegen Unterernährung in einem Krankenhaus und kam anschließend in ein Kinderheim. Bis zum Alter von fünf Jahren befand sie sich im Kinderheim in Hertfordshire. Im Anschluss daran kam sie wieder zu ihrer leiblichen Mutter nach Ockingden in der Grafschaft Essex. Da sie vom Freund ihrer Mutter sexuell missbraucht wurde, kam sie erneut in ein Kinderheim. Im Alter von elf Jahren begann sie mit dem Training im Sperrwurf. Mit 14 Jahren wurde sie von der ehemaligen Speerwerferin Margarete Whitbrett adoptiert. Fatima Whitbrett war in ihrer Karriere Anfang der 1980er Jahre die direkte Konkurrentin zu Tessa Sanderson. Bei ihrer ersten Weltmeisterschaftsteilnahme 1983 in Helsinki wurde sie mit dem letzten Wurf von der Finentie in Allelag geschlagen. Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1986 in Stuttgart und den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 in Rom gewann sie Goldmedaillen. Im gleichen Jahr wurde sie zur BBC Sports Personality of the Year, zum Sportler des Jahres in Großbritannien, gewählt. Ihr bester Wurf von 77,44 Meter bei den Europameisterschaften 1986 wurde bis 1999 von keiner britischen Athletin übertroffen. 1999 wurde dann der neue Speer eingeführt. 1984 gewann sie bei den Olympischen Spielen in Los Angeles die Bronze-Medaille hinter ihrer Landsmannen Tessa Sanderson und Tina Lillac. Mehrere Verletzungen zwangen sie 1990 zur vorzeitigen Aufgabe ihrer bisherigen Karriere, jedoch ist sie weiterhin in der Leichtathletik tätig. Heute ist sie verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Schenfield, Essex. 2011 nahm sie an der 11. Staffel der britischen Fernsehshow I'm a Celebrity – Get Me Out of Here. Teil Veröffentlichung Fatima The Autobiography of Fatima Whitbrett 1982 ESPN 074-740321X orarus выполniert frances Arten